Ich habe ja wieder hochgedrückt, wir waren auf 4.900 irgendwas, also eigentlich auf 5.000 wieder oben. Schade, aber wir machen bottomline, unter 4.000 gehen wir nicht. Sterne, Multi, wir haben auch keinen Multi bisher, noch keinen Multi. Okay, 5x. Okay. Oh, komm, ja, 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 250, ha, bomb. Oh mein Gott, wir haben noch 3 Spins, 3 Spins. Was? Ey, scheiße. 3 Spins, ey, bitte mach einen anständigen Tumblewin. Lass ihn jetzt nicht durchfahren. Bitte, einmal die Daumen drücken, einmal Klee-Wetter in Chat. Einen guten Tumblewin, bitte. Und das natürlich auch Multi-Connected. Da kommt einfach auf trockene 250er reingedrückt. Ich habe es sogar vorhin noch so gesagt, wo wir Starlight gespielt haben im Opening, ne? Kommt einfach eine 250er reingedroppt. Oh, bitte, bitte, bitte. Bitte, Connected. Hör nicht auf, hör nicht auf, hör nicht auf. Mach Multi, Multi, Multi. Connected. Ja, aber mehr Tumble, nicht nur 50 Cent. Ja, mehr, 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 mehr. Mehr? Ja, das sind 500 Tacken mehr. Oh. Oh. Nice. Das ist direkt das nächste Highlight, Alter. Direkt gestern so dick geredet, jetzt schon wieder. Bam. Ein Spin haben wir noch. Wenn wir richtig Glück haben, connectet er nochmal mit Multi. Diga. Bam. 800X. Connected nochmal, 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 bitte. Nein. Aber da ist das nächste Highlight, Alter. Bam. 811. Wir sind wieder über 5K. Alles entspannt bei mir. Ihr wisst es. Balance ist gerettet. Mal wieder. Das nächste Slot-Request. Shield auf Sparta. Geiler Vorschlag, Viech. Sowas fühle ich. Shield auf Sparta, mach ich sehr gerne. Gehen wir als nächstes rein in Shield auf Sparta. Ja, der war wilder. Weiß gern halt gerade. Sie macht oft Multis irgendwie gerade heute. Connected. Ey. Ja. 9X haben wir. Ja. 9X haben wir. Ey, bitte. Wenn er Minus macht, gehen wir raus. Sieht nach Minus aus. Oder? Die Herzen noch. Die Roten und dann Multi. Oh, Multi. Multi jetzt, bitte. Komm nochmal. Multi, bitte. Yes. Okay. Was für... Ja. Profit. Easy. Boom. Okay. Einfach wieder. 243. Aber diesmal nur auf 1 Uhr Einsatz. Okay. Also Starlight hat Bock, ja. Wieder krasser Tumble. 10er. Okay. Geht da noch was? Die Blauen. Ja, die Monde. Oh, was geht na jetzt hier ab? Okay. Was ist das für ein Multi? 28. Boah. Was? Hä? Was? Okay. Nochmal 222. Das sind knapp 500, ne? Tega, Leute. Macht sie viel. Also die... Was war das für ein Tumble wieder, ja? Okay. Direkt wieder hoch. Oh, was ist das für ein Tumble? Doe.